Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los, der Fußball war schon damals vermut. Der Landkreis wird auch heut die Kraft, die manchen Schmerzen schaffen macht. Für Kameradschaft steht Schwarz-Weiß, die Spieler sind auf jedem. Gegner heißen auf den Rängen, mit Schlachtgesängen, da stehen die Fans in großen Bänden. Und alle wissen, hier ist er, der Fahrwerk, der Fahrwerk. Und alle wissen, hier ist er, der Fahrwerk, der VfR. Das war die Schwarzreie. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.